Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute im Stream hatten wir eine richtig krasse Erkenntnis. Ich bin jetzt die letzte Woche quasi komplett nur Schlachthaus von Zier gelaufen und habe die Glyphe jetzt auf 20, die neue. Das heißt, Tränen aus Blut, Stufe 20, gibt 2,4 erhöhten Schaden, multiplikativ, da sage ich auch gleich nochmal was zu der Glyphe. Und bin den Schlachthof, das Schlachthaus, bis Stufe 12 gelaufen. Das heißt, 10 und 11 habe ich auch schon geschafft und 12 habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Glaube aber, dass ich 12 wahrscheinlich nicht schaffen werde mit dem Bild, den ich jetzt hier habe. Und genau um das Schlachthaus geht es auch. Ihr habt am Film wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar haben wir überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, dass der Schlachthof, das Schlachthaus so ins Endgame oder ins Finale Game kommt. Wir wissen ja alle, das Ganze läuft jetzt nur 6 Wochen bis zum Ende zur Season und ist quasi ein kleiner Testballon von Blizzard, wie wir das denn finden. Und an sich finde ich die Idee mega nice. Nightpad Dungeon, das höher als Stufe 100 ist, wo man mehr Glyphe-Erfahrung bekommt, wo man eine neue Glyphe bekommt, die es nur dort gibt. Und im Gegensatz zu den Glyphe, die man auf Level, ihr kennt das alle, man ist Level, Weltstufe 4, man macht seinen ersten Nightpad Dungeon. Man ist Level 50 und macht seinen ersten Nightpad Dungeon und findet sofort die ganzen Glyphe und versucht die auf 21 zu bringen. Und dass damit dann eine Glyphe reinkommt, die quasi erst auf Level 100 freigeschaltet wird, mit einem Nightpad Dungeon, das Level 101 ist, also Schlachthof Tier 1. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Aber, das ganz ganz große Aber, so wie es jetzt im Spiel ist, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Und ich sage euch auch warum. Im Spiel gibt es verschiedene Typen von Spielern. Wir haben einmal die Typen, die sich gegeneinander duellieren und die besten Builds haben wollen, den meisten Schaden machen wollen, die schnellsten sein wollen, die einfach den größten haben wollen und sich dementsprechend miteinander messen wollen. Das heißt, die wollen viel Schaden haben, die wollen richtig schnell sein, das Ganze am besten in der Bestenliste. Das wird durch den Schlachthof nicht gegeben. Also, es gibt keine Bestenliste beim Schlachthof, das würde viele anspornen und sagen, ey, ich habe eine Stufe 25er geschafft und bin deswegen hier in dieser Liste Hall of Fame oder sowas, gibt es nicht. Dann gibt es die Spieler, die wollen Loot sammeln. Es gibt Leute, die wollen einfach die ganze Zeit nur Loot sammeln, sein Build verbessern und das gibt es mit Schlachthof bedingt auch nicht. Ja, am Ende gibt es Loot, auch Unix, aber es gibt keine erhöhte Uber-Unix-Chance. Es gibt keine 925er Macht-Items und gemessen an der Zeit relativ wenig Items, weil es sind immer nur vier Stück, also auch nicht so gut. Dann gibt es Leute wie mich zum Beispiel, die einfach Spaß am Schnetzeln von Gegnern haben und denen es Spaß macht, einfach richtig viele Gegnermassen jeder zu schnetzeln, durch die Gegner durchzurennen und alles platt zu machen. Das gibt es hier leider, zumindest mal nach dem ersten paar Malen auch nicht wirklich, weil wenn ihr den Schlachthaus, den Schlachthaus, das Schlachthaus mal ein paar Mal gelaufen seid, dann werdet ihr merken, ey, das fühlt sich immer wieder gleich an, es ist immer wieder das gleiche. Ich habe zu Anfang gesagt, ey, geil, dass es keine Objectives gibt, jetzt fehlen mir die Objectives. Geil, dass es keinen Butcher gibt, jetzt fehlt mir der Butcher. Geil, dass es keinen Endboss gibt, jetzt fehlt mir der Endboss. Also nur durchlaufen, nur die Elite besiegen und durchrennen und am Ende die Glyphe leveln, da komme ich gleich auch noch zu, ist sehr repetitiv und macht echt nach dem 10., nach dem 20., nach dem 30., nach dem 100. Mal gar keinen Spaß mehr. Ich habe gerade was zum Level der Glyphe gesagt, wir wissen ja alle, jetzt gerade kam Hotfix raus, womit die Glyphe-Erfahrung angepasst wurde im Schlachthaus. Aber, selbst mit der angepassten Glyphe-Erfahrung, mit den leichteren Tiers 1 bis 9 und der 20% Schadensreduktion, ist es unmöglich, unmöglich, diese Glyphe hier auf Level 200 zu bekommen oder sagen wir mal 50. Ich habe die jetzt auf Level 20 und ich habe immer 9er gespielt und ich würde schon sagen, dass ich ein Meta-Build habe, ich ein guter Spieler bin, ich viel Zeit habe und die richtig reingehustelt habe. Und ich habe es jetzt mit 8 und Krach auf Level 20 geschafft, nach einer Woche viel spielen. Natürlich nicht 15 Stunden am Tag, aber sagen wir mal so 3-4 Stunden am Tag, was wahrscheinlich schon mehr als der Durchschnitt ist. Und das waren die ersten 20 Level, wenn ihr euch das anguckt, die ersten 20 Level ist so viel, von so viel bis Level 200. Also so ein kleiner Fitzel, weil jedes Level ja mehr Erfahrung braucht und alleine die Glyphe auf Level 50 zu bringen, ist so ein Unding, wenn man nicht sowieso schon Level 15er oder Level 20er oder vielleicht sogar Level 25er laufen kann. Was meiner Ansicht nach fast unmöglich ist. Also ich habe hier den Ball-Lightning-Magier mit Uber-Unix, der komplett broken ist eigentlich, mit jedem Tick über eine halbe Million Schaden macht. Und ich schaffe 11er, 12er nicht. Das ist schon echt krass. Nicht wegen meiner Death, die Death reicht, sondern wegen meiner Stärke. Und da komme ich auch nochmal auf eine Sache zurück, auf die Glyphe. Und zwar die Tränen aus Blut-Glyphe ist meiner Ansicht nach viel, 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 viel zu stark. Ich habe das heute auf verschiedene Charakter ausprobiert. Ich habe auf dem Necro die Glyphe geholt und ausprobiert. Hier auf dem Magier habe ich die Glyphe ausprobiert, auf dem Barbaren ausprobiert und sogar auf einem Druiden ausprobiert. Und nur auf Level 1 ist die Glyphe schon so unfassbar krass. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Seht ihr das X dort? Das X bedeutet Multiplikativ. Und das ist auch, wenn ihr nur 50% bekommt, so viel mehr als alles andere. Wir haben hier 110% Multiplikativ mit dem X und hier zum Beispiel Zerstörung, 114% kritischen Trefferschaden. Aber der ist nur Additiv. Das bedeutet, wenn ihr eure Werte euch mal hier anguckt, dann seht ihr hier sowas wie Krit-Schaden. Da kommen dann diese 114% oben drauf. Additiv. Aber dieser jegliche Schaden ist Multiplikativ und wird hier auf jeglichen Schaden draufgepackt. Und guckt euch den Wert mal an. Da steht ja 220. Wenn ich die Glyphe rausnehme, dann steht da 52. Vervierfacht. Also nicht nur verdoppelt, vervierfacht. Das ist richtig krass. Und wenn wir uns den Schaden, gerade beim Ball-Lightning mal angucken, bei der Trainingspuppe, ist das ungefähr eine Schadensverdoppelung. Das seht ihr auch an der Angriffsstärke. Das ist auch immer so ein Indikator, warum man das eigentlich gut sehen kann. Da steht jetzt 13.000. Wenn ich die Glyphe reinpacke, steht da 28.000. Also wirklich komplett bastard. Und wieso habe ich da jetzt so lange ausgeholt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard, wenn der Modus vom Schlachthaus mal später ins Final Game kommt, wirklich so eine übertrieben krasse Glyphe ins Spiel bringt. Weil die Glyphe stärker ist als alle anderen Glyphen. Jeder Bild müsste diese Glyphe spielen. Muss. Weil die einfach so stark ist. Selbst auf Level 1 ist sie stärker als jede 21er Glyphe. Man muss die also in jedem Bild spielen. Und ich weiß nicht, ob Blizzard Bock hat auf ein zweites Barbarenherz, was in jedem Bild gespielt wird. Ihr erinnert euch vielleicht an Season 1 zurück, an das Barbarenherz, das boshafte Herz, Barbierherz. Das hat jeder gespielt, weil es so komplett broken ist. Und ich glaube nicht, dass Blizzard eine Glyphe ins Spiel reinbringt, die dauerhaft einfach immer gespielt werden muss, weil die so komplett broken ist. Und diese ganzen Punkte, diese ganzen Punkte sind der Grund, wieso ich glaube, dass der Schlacht, das Schlachthaus, so wie es jetzt ist, nicht ins finale Spiel gehört. Das ist cool jetzt für die Season und Season Ende vor allen Dingen. Zum Season Ende hin flacht es ja sowieso immer ein bisschen ab. Da ist es ganz cool, dass man jetzt so eine Glyphe hat und nochmal komplett bustet ist und noch mehr Schaden macht. Und man hier ein bisschen reinhasseln kann und auch sich ein bisschen messen kann mit anderen Leuten. Ey, welches Tier hast du geschafft? Ey, wie hast du das geschafft? Verschiedene Builds ausprobieren und, 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 und seine Glyphen hochleveln. Alles cool. Aber ich glaube, gerade für den Finalen, fürs Finale Game, muss da einiges adjusted werden. Da gab es schon einige Ideen, wie zum Beispiel, lass doch einfach 9,25 am Items fallen. Gib eine Uber-Unix-Chance von 0,5% oder irgendwie sowas. Mach ein paar Objectives rein. Lass den Batscher erscheinen. Gib uns eine Möglichkeit zu sterben. Vor allen Dingen heute im Stream hatte ich so oft Internetprobleme. Server-Seitig, also der Stream lief flüssig, aber ich hatte so oft Lags, dass ich immer wieder aus- und einloggen musste. Zweimal bin ich sogar draufgegangen wegen den Lags. Also, der Server ist ja auch nicht immer perfekt. Ich habe das schon im letzten Video gesagt. Es kann auch mal sein, dass der Controller leer ist, dass ihr Schnupfen habt und mal die Nase, dass ihr niesen müsst, das hier mal kurz abgelenkt sein. Das kann immer passieren. Das wäre schon ganz geil, wenn man wenigstens einmal sterben dürfte. Passt der Multiplayer an? Also, viele Stellschrauben, wo man vielleicht was drehen könnte und so, damit das Schlachthaus fürs Final Game Sinn macht. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Bin ich sehr gespannt, wie ihr das aktuell findet. Ich weiß, dass viele das Schlachthaus aktuell meiden, weil sie sich sagen, ey, das bringt mir nichts, macht mir keinen Spaß, ist Zeitverschwendung. Deswegen sehr, sehr wichtig mal unten reinzuschreiben, wie ihr das für die Zukunft seht. Also nicht so, wie es jetzt ist, Leute. Wie es jetzt ist, ist relativ egal, weil es in sechs Wochen weg ist. Sondern was würdet ihr euch wünschen, wie es sein soll, wenn es dann ins Finale Game kommt. Das würde mich sehr interessieren, habt ihr da geile Ideen. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Foto freuen. Vergesst nicht, morgen Midwinter Pest Event kommt um 19 Uhr raus. Wenn ihr da live dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch unten in der Videobeschreibung ab. Da bin ich dann live und zock mit euch das Event. Und ansonsten würde ich mich wie immer sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.